Das Hochschularchiv ist das Gedächtnis der ETH Zürich. Es archiviert wichtige und wertvolle Dokumente wie Protokolle, Briefe, Manuskripte, Labor- und Tagebücher, Konstruktionszeichnungen, Beobachtungsdaten und auch moderne Medien wie Webseiten. Darunter befinden sich Originale von Nobelpreisträgern wie Albert Einstein, Wladimir Prälok und Richard Ernst, des Bauingenieurs Robert Maillard, des Mathematikers Heinz Hopf oder der Geologen Albert und Arnold Heim, aber auch Unterlagen der Vereinigung der Studierenden an der ETH. Wir bewahren dieses Erbe sicher und fachgerecht auf, erschliessen es und ermöglichen dadurch die orts- und zeitunabhängige Recherche. Konsultieren Sie digitalisierte historische Quellen zur Geschichte der ETH Zürich direkt online oder besuchen Sie uns an der ETH Bibliothek. Konsultieren Sie digitalisieren 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 Sie digital